NDR 2 präsentiert Frise 1 an alle Hier spricht Oma Rosi So, was war's immer? Ja, Jessica Eichmann aus Facebook ist Single und will ein paar Flirt-Tipps aus der Eule haben Flirt-Tipps? Ah, Jessica, Jessie, Jess Seien wir nicht böse, mein Süßen, also mit Flirten halt ich mich nicht mehr auf Aber Oma! Männer können gar nicht flirten Wenn mir einer Feuer gibt und ich kurz seine Hand halte, weil er anfängt zu zittern Dann heißt das erst mal gar nichts Aber er denkt, die will was von mir Und ich hab ihn dann ne Woche an der Hacke und muss ihn schlecht behandeln, bis er es peilt Und zwei Wochen später ruft er doch nochmal wieder an, weil er denkt, er hat mich zappeln lassen Jessica, du musst dir vorher klar werden, ob du den Mann haben willst oder nicht Beim Flirten wirst du es nicht rausfinden, weil dann ist seine Rakete schon auf der Rampe und normales Gespräch ist gar nicht mehr möglich Und wenn du einen Mann haben willst, dann schlürfst du ganz langsam ein Eierlikör-Schälchen leer Und starrst ihn an mit leicht geöffnetem Mund Oma Kopf leicht schrie Buh Oma, ja! Und das ist kein Flirten, das ist der Nackenbiss des Tumas Irrtum ausgeschlossen Life's too short to be a friend Ich bin über 65 Wieso? Ich denk, du bist 64 Achso, ja, wie, eh, Oberberg durch Spaß Hm